klick auf ihr lieben willkommen beim neuen video ich werde hier kurz am anfang etwas zu dem video sagen und danach lasse ich euch mit den bildern allein da könnt ihr mal genau nachschauen es ist ein video aus san francisco von 1906 vor dem großen erdbeben also vor dem reset in farbe ich bin so froh dass ich es gefunden habe ist ein schönes bild was man da sieht was natürlich aber zu sehen ist wir haben elektronische straßenbahn die mit elektrischer energie fahren alles war elektro im 19 jahrhundert heute nicht mehr aber das ist ein anderes thema ich verlinke oben im video alles elektro im 19 jahrhundert und hier auf diesem video fahren wir die marktstraße entlang 1906 wie gesagt ein gefühl lässt mich hier nicht los es wirkt für mich ein wenig gestellt wenn jemand von euch auch noch den eindruck hat lasst mich wissen in den kommentaren und am ende des videos bevor die straßenbahn umdreht sieht man ein paar geisterhafte gestalten wenn mir da jemand erklären kann wer oder was das ist immer gerne in die kommentare ansonsten viel spaß beim video auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020